Maulwurf? Hier ist der Herr Maulwurf. Und wer sind Sie? Ist der Hase? Ich höre Ihnen ganz schlecht, aber mein Name ist Claudia Conte und ich melde mich von einer Handelsfirma, Corporate Brokers Limited. Ich habe gerade auf unserem System gesehen, dass Sie eine Werbung gelesen haben über Online-Investitionen an der Börse. Deswegen möchte ich Ihnen dazu informieren, und den Plattformen zeigen. Wir haben auch eine Webseite im Internet. Sie haben eine eigene Webseite? Mensch, das ist ja revolutionär. Haben Sie mich zugehört? Bitte mit Aufmerksamkeit. Ich habe gesagt, dass wir eine Webseite haben. Gleich so wie alle Unternehmen, die eine Webseite haben. Ja, wie heißen Sie denn bei Instagram? Hallo. Sie können bei Google Chrome gehen und ich kann es für Sie buchstabieren. Wir haben kein Instagram. Ach so, Sie sind so noch die Generation Facebook, ne? Oder MSN? Nein. Können Sie mir mal Ihre... Nicht auf Facebook und nicht auf Instagram. Auch nicht. Sondern um Google Chrome. Ach so, Ihre Internetseite funktioniert nur bei Google Chrome? Ja, natürlich. Das ist ja traurig. Können Sie mir mal Ihre ICQ-Nummer geben? Welche ICQ-Nummer wollen Sie denn? Na, die von Ihnen. Ich habe noch so eine Sechstellige. Die waren damals schon sehr wertvoll. Ich weiß gar nicht, ob die heute überhaupt noch funktionieren. Die habe ich damals gegen ein... Unterbrechen Sie mich doch nicht immer. Ich weiß nicht, wieso ich Ihnen so schlecht höre. Und zweitens, wenn Sie Interesse haben über Online-Investitionen und der Börse, lassen Sie mich bitte den Plattformen zeigen. Ja, zeigen Sie mal her. Können Sie mir da ein Flugplatz schicken? Wir sind jetzt ja gerade Gedanken... Gehen Sie mich bitte. Wir machen jetzt ja gerade 90er Jahre Rollenspiel, ne? Wir können aber nicht so lange reden, weil die Telefonminuten sind teuer. Ne? Machen Sie keine Sorge. Ne, das mache ich nicht, ne? Ich habe ja eine DSL Flatrate von AOL. Ich muss das nicht minütlich bezahlen, wenn ich mir jetzt Ihre Seite angucke. Wollen Sie den Plattform sehen oder nicht? Jaja, ich habe eine 1024er-Leitung, du. Also KB, ne? Nicht MB. Haben Sie Filanrufen bekommen? Was habe ich bekommen? Filanrufen von solchen Unternehmen? Nö. Nein? Okay. Nein, nur Gewinnspiegel. Lassen Sie mal Google Chrome? Ich benutze aber Firefox. Ist das schlimm? Firefox, okay, kein Problem. Es geht auch beim Firefox. Ja. Was soll ich jetzt machen? Okay. Ich buchstabele den Namen von der Plattform und Sie können drauf sein und ich erkläre Ihnen alle die Optionen. Das ist schon ein Traum. Schreiben Sie dort CWC-Sar? Cäsar? CWC-Sar. Also den ganzen Namen oder nur den Nachnamen? Also der ganze Name ist Corporate Brokers Limited. Nee. Das bedeutet die erste Buchstabe von Corporate C, die erste Buchstabe von Brokers B. Also das ist ja eigentlich so. Und die erste Buchstabe von Limited L. Der hieß ja aber... Und ich buchstabele den Namen von... Madame? Der hieß Gaius Julius Cäsar. Das, was Sie da sagen, ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Ich bin ja Geschichtsprofessor emeritierter, ne? Lassen Sie bitte eine neue Seite und ich buchstabele diesen Namen. Ja bitte. Das wird ein Vergnügen für mich. Ich habe eine Seite offen. Okay. Schreiben Sie dort CWC-Sar. Ja. B wie Belgien. Belgien, ja. CBD-Öl. B wie und ich? Sagt er hier. Ist das von Ihnen? Cannabisöl? Wollen Sie spielen jetzt oder was? Ich habe keine Zeit zum Verlieren. Was haben Sie verloren? Wenn Sie sich das an schauen möchten, sagen Sie mich bitte. Und wenn nicht, sagen Sie mich. Was haben Sie verloren? Ich habe es nicht verstanden. Aber Sie haben... Ich habe keine Zeit zum Verlieren. Wenn Sie kein Interesse haben, bitte sagen Sie mich. Ich möchte ja Geld verdienen. Aber sobald ich anfange, die Namen zu bestabieren, Sie unterbrechen mir. Ich verstehe das nicht. Ja, ich auch nicht. Darum frage ich ja nach. Sie müssen mal deutlich sprechen. Aber wieso unterbrechen Sie mich dann? Ist das Ihr erster Tag heute? Sind Sie noch in der Ausbildung? Haben Sie heute erst angefangen? Nochmal. Nochmal. Ja, nochmal. Ich muss stabilis nochmal. Und... Ja, was haben Sie bis jetzt geschrieben? Äh... Cäsar, Bilbo und Leguan. Einfach, äh... C, B, L habe ich jetzt geschrieben. Genau. Schreiben Sie jetzt E wie Emily? Emily? Ja, E wie Emily. Ja. Also E oder Ä? A, umlaut. E. Nein, auch eine Umlaut. Nochmal E? Ja, E auch eine Umlaut. Äh, schreiben Sie dort, ähm... O wie Ukraine? Ukraine. Da rufen Sie an, oder? Von dem Land? Schreiben Sie dort E wie Richard? Ja. Ja. O wie Otto? Ja. B wie Portugal? B wie Portugal? Ja. Na gut. E wie Emily? Nochmal. Ja, habe ich. E wie Emily? Zweimal. Dann kommt ein Punkt. Und dann, äh, nach E kommt ein Punkt. Ja, habe ich gemacht. Und C wie Cäsar? O wie Otto? Ja. M wie Mutter? Einfach C, O, M. Ja. Das ist ja alles auf Englisch. Das kann ich ja gar nicht lesen. Oder ist das Spanisch? Okay, schauen Sie vielleicht, ähm... Na, haben recht auf Ihrem Bildschirm einen Flagg? Ein was? Sie können den deutschen Flagg... Ein Flagg... Was ist das? Ein Flagg? Sie können das auf... Ich kenne nur Panzer und Artillerie. Ein Flagg. Ein Flagg, ja. Sie können... Sie können dort drücken und die Seite auf Deutsch übersetzen. Ja, immer wenn ich die Augen schließe, sehe ich die Brücken von Tokori. Wählen Sie denn deutsche Klage? Ja, die habe ich damals schon gewählt, ne? Ich habe das jetzt gemacht. Ja, aber schauen Sie jetzt... Handeln Sie mit einem Broker. Sie können vertrauen. Vertrauen von Händlern weltweit. Ja, genau. Und nach unten... Den müsste man damals wie den Griechischen Gelehrten die Augen ausdrücken. Ja? Nach unten von... Handeln Sie mit einem Broker. Sie können vertrauen. Und Vertrauen von Händlern weltweit. Können Sie eine... Zwei Optionen schauen. Einfacher Start und Login. Genau. Das steht da. Woher wissen Sie das denn? Wenn Sie drauf diese Plattform... Ja? ... sein möchten, klicken Sie beim Einfacher Start und Sie registrieren und Sie können die Plattform zeigen. Und dann ich erkläre Ihnen weiter, wie die Investitionen bei uns funktionieren. Wenn Sie Interesse haben werden, ich helfe Ihnen weiter mit der Aktivierung Ihrer Handelskonto. Ja, ich trinke gerade Holy Energy. Da gibt es die neue Geschmacksrichtung Zuckerrohr und Limette. Das schmeckt sowas von genial. Haben Sie das auch schon probiert? Nein? Das soll ich Ihnen nachher mal meinen Rabattcode per E-Mail schicken. Dann können Sie das günstiger einkaufen. Und dann hätten wir über die Bestellung auch gleich die Adresse. Einfacher Start gedrückt, bitte. Ja. Das Lustige ist ja, ich habe, da steht jetzt Registrierung und bei diesen Template-Internetseiten... Jetzt lass mich doch mal für die Zuschauer erklären. Ich mache ein Screenshot davon. Bei Registrierung, bei Telefonnummer... Ich gehe Ihnen ganz, ganz schnell. Warte doch mal kurz. Ich muss das doch moderieren hier. Bei Telefonnummer ist die russische Fahne. Jetzt wissen wir, woher die anrufen. Wären die in Ghana, wäre da die ghanesische Fahne. Und in Kambodscha, die Kambodscha-Tjenische Fahne. Das ist immer vom Template in der Sprache, in der das eingerichtet ist, dass die Telefonnummer, die da angezeigt wird. Soll ich da meine Telefonnummer reinschreiben? Sie sollen bei Registrierung Ihren Daten schreiben. Ja, das mache ich doch gerade. Jetzt beruhig dich doch mal, Natascha. Ist doch alles gut. Die Deutsche Daten und sagen Sie mich bitte, was kommt. Also sehr einfach. Die Interpol kommt. Was haben Sie bis jetzt geschrieben, bitte? Hans Maulwurf. Ich bin... Ich heiße so, und Ihren Namen, Ihren Nachnamen... Ja, ich weiß, wie ich heiße. Aber mein Name ist echt toll. Kurznotizen werden geladen, weil ich kann mir die ganzen Sachen ja gar nicht merken. Ich bestätige, dass ich über 18 Jahre und kein US-Bürger bin. Dürfen Amerikaner da nicht mitmachen bei Ihnen? No, Amerikanski? Was haben Sie geschrieben, bitte? Ich habe Sie was gefragt. Dürfen Amerikaner da nicht mitmachen? Bitte, lösen Sie sich ein, bei Ihnen diese Seite. Ist die Frage zu schwierig für Sie? Ja, es ist sehr schwierig. Ach, du armes Mädchen, du tust mir echt leid. Wärst vielleicht doch mal besser zur Schule gegangen, ne? Als ich sehe, Sie wollen nur spielen... Ich habe mich jetzt angemeldet. Sie gesagt, Sie haben keine Zeit zum Verlieren, okay? Ich habe mich doch angemeldet. Jetzt müssen Sie halt mal sich ein bisschen gedulden, ne? Sie sind sehr... Okay, haben Sie dort angemeldet? Ja, Sie sind sehr... Haben Sie Ihren Daten geschrieben? Okay, was kommt hier jetzt bitte? Warum sind Sie denn so unfreundlich, verdammt? Nein, was schauen Sie jetzt? Personalinformation. Personalinformation. Es ist eine schwarze Seite. Es ist eine schwarze Seite, okay. So, Sie haben ein Passwort, Sie haben eine E-Mail-Adresse gegeben und jederzeit, dass Sie hier einloggen möchten, Sie können solche Daten benutzen, okay? Ja, welche denn? Und jetzt, ich erkläre Ihnen, die Daten, die Sie benutzt haben, ich weiß nicht, was Sie dort geschrieben haben. Ja, Hans Maulwurf, Altschauerberg, 891448 Emskirchen. Okay, ja. Das ist die Adresse. Ihr E-Mail-Adresse und Ihren Passwort, die Sie gegeben haben. Ja. Jetzt, wir geben Ihnen die Möglichkeit, in die Börse zu investieren mit verschiedenen Finanzinstrumenten. Welche Instrumente spielen Sie denn? Bitte? Ich habe gefragt, welche Instrumente Sie denn spielen. Ich tippe ja auf die Deppengeige bei Ihnen. Wir geben Ihnen die Möglichkeit, zu investieren, Herr. Ja, ja, das habe ich verstanden, aber die Frage ist ja, welche Instrumente... Ich bitte, die Finanzinstrumenten zu sagen. Ja. Einfach, Sie können mit Bitcoin, mit Tesla, Kryptowährungen, Indiksen, Rohstoffen, Wasserstoff und so weiter und so fort investieren. Wasserstoff? Brauche ich da so einen Tank zu Hause? Das ist ein Finanzinstrument, Herr, bitte. Ja, das habe ich ja verstanden. Die Frage ist, ich muss das ja aber hier vor Ort auch speichern können. Brauchen wir da einen Tankwagen oder muss das stationär sein? Also verbaut im Gebäude. Ich würde sagen Ihnen, wenn Sie diese Investitionen anfangen müssen, mit Bitcoin anzufangen. Weil auch 95% von unseren Kunden bevorzugehen, mit Bitcoin anzufangen. Weil Bitcoin hat einen sehr hohen Preis jetzt. Ja, aber das ist doch, wenn das teuer ist, man kauft doch ein, wenn die Sachen billig sind oder nicht. Wenn das jetzt gerade teuer geworden ist... Wenn das Beitrag, den Sie aktivieren können, ist 250 Euro. Wenn Sie wollen, Sie können mit einem anderen Beitrag anfangen. Haben Sie denn auch Dogecoin? Nein. Warum nicht? Ich dachte, Sie sind eine Handelsplattform. Einfach, Sie bekommen für jede erste Einzahlung, Sie bekommen einen Gutschein. Wir gehen gegen 50%. Das ist gut, aber ich möchte ja gerne Dogecoin kaufen. Haben Sie die nicht? Die der Elon Musk da immer so bei Twitter, der macht da ja immer so Werbung dafür. Das möchte ich kaufen. Dogecoin. Haben Sie das nicht? Haben Sie solche Optionen verstanden? Ich habe das verstanden. Ja, und ich möchte gerne Dogecoin kaufen. So sieht eine richtige Plattform aus. Garstiger Hobbit. Jetzt wollen Sie Ihr Handelskonto aktivieren oder nicht? Behalte garstige Bratkartoffeln. Ich möchte mein Konto aktivieren. Ich möchte ja Geld verdienen. Haben Sie Geld drauf? Nee. Das müssen Sie mir jetzt ja sagen, wie das geht. Ich bin ja kein Mentalmagier. Ja, aber wie mache ich das denn? Wie mache ich das denn? Geben Sie mir doch mal Ihren Chef. Wenn Sie überzeugt daran sein werden, ich erkläre Ihnen weiter, dass Sie eine Einzahlung machen können. Ja, wollen Sie mir vielleicht lieber Ihren Chef geben, weil Sie schreien mich ja die ganze Zeit nur an. Nein, ich schreie nicht. Ich versuche Ihnen zu erklären. Ja, das kann man aber auch freundlich machen, oder? Ich bin doch Ihr Kunde. Ja, natürlich. Ja, bitte freuen Sie sich jetzt. Ich weiß es schon, aber es sieht aus, dass Sie spielen wollen und deswegen bin ich nicht sehr freundlich mit Ihnen. Das ist aber nicht nett von Ihnen, ne? Das sage ich meiner Mutter. Aber Sie sollen auch nett sein. Ich bin die ganze Zeit nett. Nein, Sie sind nicht die ganze Zeit nett. Ah doch, was sagst du zu meinem Mann? Hier ist die Mutter des Herrn Maulwurf. Bitte lassen Sie uns in Ruhe. Ich möchte nicht, dass Sie meinen Sohn hier weiter mit bösen Anschuldigungen überholfen. Sonst werden Sie sehen, was Sie davon haben. Ich leg jetzt auf. Ich habe wirklich keine Zeit zum Verlieren. Also real, physisch bringe ich alle in der Knasch. Ha 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 ha! Ha 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 ha!